Hallo meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zu meinem Let's Play von Super Mario Galaxy für den Nintendo Wii. Jetzt... Nein! Mann, was macht denn diese scheiß Erde auch hier? Ist das nicht behindert? Na und wie? Oh nein! Du Arschgesicht! Oh nein! Ich schon wieder! Mann! Du Arschloch! Mann! Was machst du Mario? Du bist ein Trottel! So, am besten immer... Nein! Nein! Arschloch! Na bitte geht doch! Und jetzt? Vorsicht! Nein! Mann! Mann! Du Arsch! Nein! Nein! Scheiße! Mann! Mario! Was machst du schon wieder für Scheiße? Und du... Dich... Mann! Mann! Was machst du denn die ganze Zeit? Was? Was war das denn? Wo hätte ich denn hin müssen? Mann! 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 würde daneben geh'n... F*** Dich jetzt doch mal ins Knie!!! Was soll denn da?! Das gibt's doch jetzt nicht! F*** Dich!!! Na! Alter! Mario! NAAAINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Hey, du Arschloch, das war doch fast schon geschafft, du Bitch. Nein, das war zu weit. Ah, du Trottel. Mann. Nein, nein, du bist ein Idiot. Nein, wie scheiße. Mann, fickt euch. Nein, geh weiter. Ich habe Angst. Nein, schieße. Na klar, ein halber Meter vor diesem Arsch verfickten Stern, das ist doch nicht zu fassen, Mann. Warum? Nein, nein. Nein, Mann, oh, wieso jedes Mal den irgendeinen verfickten Scheiß trägt?